Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zum nächsten Vlog hier. Ja, nice, dass ihr eingeschaltet habt. Heute endlich wieder Fußballspiel bei uns hier zu Hause im Ruhrstadion. So, gerade noch mein Bändchen abgeholt hier für Corona-Negativ-Test und gleich geht es auch ungefähr hier rein, Block C. Ich habe leider keinen Stärbekommen, war ein Ticken zu langsam anscheinend. Deswegen heute mal von Block C aus das Spiel schauen. Ja, ich freue mich richtig drauf, Digga. Seit langem wieder mal zu Hause hier. So, Bändchen schon vorher geholt, deswegen nicht warten. Nice. Oh, schön wieder da zu sein. Guck mal, die Schlange geht. Bis komplett da hinten hin, Alter. Zu krass. Ab jetzt immer wieder um 15.30 Uhr. Geile Uhrzeit. Geile Uhrzeit. Ab jetzt geht's. Geile Uhrzeit. Geile Uhrzeit. Sebastian Polter auf jeden Fall auch am Start. Sein Debüt heute beim VfL. Hoffentlich, Junge. Gas geben. Herrlich. Herzlich willkommen in den Wochen. Standardgebühr mit der 40. Sebastian Polter. Unser Aufstiegsdreherr ist Thomas. Alles klar, den lieben wir VfL. Boah, Digga, Gänsehaut, ich schwör's dir, Alter. Das ist richtig. Boah, Digga! Hinein, hinein! Freust du weiter? Mein Gott, ey! Mein Gott, ey! Hier wer es nur geprüft? Ja! 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 So ein Stück am Posten vorbei! Ja, ne! Ja, ne! Weiter, Junge, weiter! Erste 20 Minuten, eben besser, mit zwei deutlich besseren Chancen. Ja! 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 Brauch! Ja, Junge, war es ein Solo! Junge! 21. Spiel, Junge! Tor, 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 Tor! Ja, es ist nicht knapp, wo du beitst! 1 zu 0! Herzlich willkommen bei Thomas Jarls! Tor, Tor, Tor! Mitte 17, Gery! 1, 2, 1! Gery! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! 1, 2, 1! Du bist so ein geiler Typ. Junge, man ist mit dir, Alter. Wir werden ihn von da reinmachen. Krasser Typ. Ich schwöre es dir. Armer Junge. Wir spielen auf jeden Fall sehr stark. Wir haben zwei, drei super Möglichkeiten gehabt. Kann so weitergehen. Warte, du Gott. Armer Junge, Wolle, ich spiele in der Welt. Boah, die gehen hart rein. Oh mein Gott. Wolle, ich bin ja nicht. Oh mein Gott. Solli, Alter. Wolle, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Da haben wir einen Dampf vorgemacht. Ecke von uns. Let's go. Es geht! Es gibt da nichts. Es gibt da nichts. Die Videopassistenz hat sich eingeschaltet. Wahrscheinlich mit der Hand kontrolliert. Scheiße. Shit, man. Weiterhin ein Zoll. Minute 31 jetzt. Boah, Junge Riemann ist so ein krasser Typ. Riemann! Alter, wieder eine krasse Parade rausgehoben. Krank. Ey, Junge, ist krank. Passiert ab, man. Jeder macht Ballenzieher heute. Wer macht einen Ballenzieher? Das ist ja so geil. Das ist ja geil. Lampropoulos, Alter. Das ist ja geil. Maschine. Hallzeit, 1-0, verdient. Muss man auf jeden Fall sagen. Die zweite Hallstatt läuft und die Mainzer sind auf jeden Fall gut reingekommen. Ja! 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 Oh Gott! 1-0, Junge! Vorwartball! 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 Torwartball! Torwartball! 26, derived später! Torwart von der Kunde. Neusby Schlaf,こんな, 2-0. Torwartball, Torwartball mit der 40, Sebastian! Heuer! Heuer! Sebastian! Heuer! Unsere Neuverfaltung mit der 40, Sebastian! Heuer! Heuer! Wir lieben ihr! Heuer! Heuer! Boah, Junge, Alter! Der Junge ist heiß, Mann! Junge! Hey, Gambo hat sich verletzt! Heuer! Das ganze Schale! Das ganze Schale! Hoi, hoi, hoi! Die ganze Schale! Hoi, hoi, hoi! Die ganze Schale! Hoi, hoi, hoi! Die ganze Schale! Die ganze Schale! Das ganze Schale! Hoi, hoi, hoi! Ja! Jaaaa! Akku leider leer, ab jetzt, die letzten 20 Minuten geht's von hier aus. Also der Meintag-Hootball deutlich stärker geworden in den letzten 15 Minuten. Ich hoffe, es wird nicht so wie gegen St. Pauli letztes Jahr. Wo wir auch 2 Uhr geführt haben und innerhalb von 2 Minuten 2 Tore gespielt haben. Die letzten 7 Minuten noch. Ich hoffe, es wird nicht so wie gegen St. Pauli letztes Jahr. Der Welt ist die Nacht. Der Welt ist die Nacht. Der Welt ist die Nacht. Wirklich. Wirklich. Jaaaa. Let's go, man Süd. Herrlich. Herrlich. Verdient. Verdient 2-0. Nächste Woche gegen Köln, Alter. Das wird geil. Köln, Köln, Köln!